Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stuntok Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde auszultern. Eigentlich sollte heute Powerwatch Simulator kommen, das habe ich ja übelst lange nicht mehr gezockt und ich dachte mir, komm, zocke ich das mal wieder. Aber Leute, ihr könnt gespannt sein, es kommt nämlich morgen für euch. Also praktisch die Leute, die dieses Video sehen, wissen schon, wann dieses Spiel kommt. So, wir benutzen einmal hier meinen Laptop und ich habe an meinen Kanal geguckt, weil ich eventuell ein Abo-Special mache, wenn ich 1000 Abonnenten habe und da habe ich schon ein bisschen dran gearbeitet, tatsächlich. Ich hoffe, ich erreiche die 1000, weil sonst wäre es ein bisschen Gag für das Abonnenten-Special. Egal, dann ändere ich einfach die Zahl 1000 in eine andere Abonnentenzahlung. Auf jeden Fall habe ich da auch mal, ich musste ja auch alte Videos suchen und da habe ich gesehen, wann ich das erste Video von Hausfibber von dieser Serie hier rausgebracht habe. Und das war tatsächlich vor einem ganzen Jahr. Also ist schon krass, wie lange das her ist. Und ich kann euch sagen, dass das bald zu Ende ist. Also wir haben jetzt hier noch 26 Häuser. Mit dem Video sind es nur noch 25. Also so langsam geht das hier zu Ende. Aber, mal sehen. Mir fällt gerade auf, jetzt habe ich es gar nicht gelesen. Egal. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was das für ein Haus ist. Egal. Also, man sieht da schon an den Bildern, dass das so komplett scheiß aus sieht, das Haus von innen. Aber ja. Also noch 25 Folgen praktisch gibt es jetzt noch von Hausfibber und dann ist die Serie damit auch abgeschlossen. Dann habe ich auch sehr viele Hausfibber-Videos gedreht. Und dann habe ich auch Hausfibber komplett durchgespielt. Also da kann ich nichts mehr machen. Es gibt ja jetzt mittlerweile Hausfibber 2. Vielleicht kommen da ja dann Videos. Aber mal sehen, wie das Hausfibber 2 ist. Das ist die Frage. Weil Hausfibber, also ich habe Hausfibber 2 die Demo gespielt. Die Demo war ja nicht unbedingt so nice. Aber mal sehen. So, hier liegen schon wieder überall Sachen. Die können wir nicht wegpacken. Die ganzen Dart-Pfeile. Alles klar. So. Hä? Was ist das denn hier? Egal. Okay, so, wischen wir hier einmal. Wischi, wischi, so. Hä, was soll da sein? Ich check nicht, was hier sein soll, weil hier wird irgendwas angezeigt. Ach, hier oben. Ah, da irgendwo ist hier noch eine Sache. Da, okay. Gefindet. Guck mal in die Öffnen. Nö. Machen wir hier mal die Bilder gerade. So. Moin Lampe. Das Spiel machen wir auch mal gerade. So. Und dich machen wir auch gerade. So. Na, das ganze Ding verkaufe ich hier. Das ist einfach nämlich nur Rotz. Okay. Gehen wir mal jetzt hier hin. Blumen, sehr gut. Ja, hier sind Blumen. Die hab ich aber nicht hier reingemacht. Okay, so. Äh, warum sieht dieses Haus so aus? Ist hier schon seit Jahren keiner mehr am Boden, oder was? Na gut, sonst wäre es nichts zum Verkaufen, ne? Und warum sind hier zwei Segel? Egal. Ey, sieht doch schon viel besser aus. Was für ein Chaos. Oh je. Ja. Das ist wirklich ein Chaos hier. Ich frag mich besonders, warum hier Segen sind. Egal. Ich lass sie einfach da liegen. Und wir räumen das gleich auf. Und wollen die ernsthaft auf diesem Fernseher was gucken. So, warte. Hier ist irgendwo noch was dreckig. Da. Wow. Geil. Man kann sich hier geil hinsetzen, ne? Egal. Wir gehen jetzt hier in dieses Zimmer. Oh, nee. Wir haben genau das Schlafzimmer jetzt genommen. Und da hat hier ein Messi drin gewohnt, oder was? So. Okay, perfekt. So, jetzt haben wir hier noch irgendwo welche. So, zack. Warte mal, hä? Also, jetzt zeig ich mich schon wieder hier beim Bett irgendwas an. Aber hier ist nichts. Egal. Schlafzimmer ist auch sauber damit. Ich check schon wieder nicht, was da sein soll. Egal. Wir gehen hier raus und gehen in dieses Zimmer. Ach, noch ein Schlafzimmer. Geil. Einer reicht natürlich nicht. So, kontrollieren wir hier mal alles. Okay, haben. Wo ist denn hier dreckig? Ah. Okay, ich hab's. So. Hier liegt noch irgendwo was. Hier muss doch irgendwo jetzt noch was sein, was wir nicht sehen. So, gefunden. Hallo, jetzt stell es doch da hin. Danke. So, sind wir noch irgendwo Zimmer? Ja, hier hinten. Das hier ist, glaube ich, die Haustür, oder? Nö. Hä? Wo sind hier die Haustür? Egal. Wir haben keine Haustür. Warum sind hier so viele Enten? Warum leuchten die Enten? Egal. Hä? Aber ein geiles Bad. Das will ich auch haben. Warum? Achso, ich dachte gerade, hä? Endlich Ordnung. Ja, das kannst du laut sagen. So, gehen wir mal hier rein. Okay. Okay. Ach, das ist eine Tür. Guck mal. Wo bin ich? Ach, das ist doch die Tür. Man kann hier... Man kann hier doch runter. Ja, ich geh mal wieder rein, ne? Gut, dann haben wir doch jetzt hier alles, oder? War jetzt hier alles? Ich glaube, ja. Gut, wir wollten die... Sägen ja nochmal irgendwo hinstellen. Ich stell die einfach hier drauf. So. Okay. Wir verkaufen das Haus, würde ich sagen. Sechs Minuten haben wir dran gebaut. Ja, das geht schnell, ne? So, wir gucken mal, wie viel Geld wir kriegen. Also, wir haben 15 Euro von Verkaufen gekriegt. Wir machen 11.000 plus, wenn wir die nehmen. Komm, da schalern wir nochmal ein bisschen was rein, würde ich sagen. So, 4.000. Okay. Sehr gut. Ich wollte ein Schlafzimmer, nicht 2, ja, okay. Diese Böen sind so leer, das sind zu viele Zimmer. Ja, na und? Du willst es sonst umkaufen? Und annehmen? So, jetzt müssen wir doch wieder mehr haben, ne? 11.000 mehr. Lecker-Schmecker in meine Täsch. Komm, gefmiedes. Gefmiede-Money. Jetzt mach doch mal schnell, Alter. Schau mal, wie lange lädt das? Ah, genau. Jetzt, wenn ich hier rausgehe, geht es natürlich. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Abkommen auf den Tag. Haut rein und euer E-Standor. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020